Moin, ihr Füchser da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir uns zum Arcala-Institut hochgearbeitet und lesen gerade die Memoiren von Robelo, dem verrückten Mann mit den elektrischen Augen. Ein sehr seltsamer Typ, aber irgendwie bis jetzt ganz nett. Auf jeden Fall erzählt er uns gerade, was passiert ist von vor 100 Jahren, als er, Zelda und Impa uns in diesen ewigen Schlaf gebettet haben. Und es war eine Fügung des Schicksals, das wir in Nekluda und in Arcala, Vorkommen antiker Energie entdeckten. An diesen Orten könnten wir auch außerhalb von Schloss Hyrule weiter erforschen, wie man Ganon versiegeln kann. Eine Schere-Stein-Papier-Spiel mit Fräulein Pura entschied, dass ich mich in Arcala niederlassen würde. Haha, alles klar. Ich war bereit, nach Arcala zu ziehen, doch zuerst brachte ich Fräulein Pura zur antiken Energiequelle in Nekluda. Sie hatte herumgequengelt, dass ich sie doch nicht ganz alleine durch Halb Hyrule reisen lassen könnte. Schön, klug, wenn nur dieses kindische Trotz nicht wäre. Ich würde sie ohne zu zögern zur perfekten Frau erklären. Doch kehren wir von diesen persönlichen Betrachtungen zum großen Ganzen zurück. Wir luden also ihren Leitstein, den wir in Schloss Hyrule genutzt hatten, auf den Wagen. Vereinbarten mit Impa ein Wiedersehen und sagten Kakoruo fürs erste Adieu. Weiter blättern. Überquerten die Narisha-Höhen im südlichen Richtung und setzten über den Schillersee. Nachdem wir die Bacanera-Ebene hinter uns gelassen hatten, erblickten wir sie die Hathano-Festung. Dort war Link im Kampf gegen eine Armee von Wächtern gefallen. König Roham hatte von seinem Schwertkünsten erfahren und ihn zur Prinzessin Seldas Leibwächter ernannt. Doch im Angesicht einer solchen Anzahl von Wächtern konnte auch dieser sagenhafte Kämpfer nichts ausrichten. Verzeih mir, Link. Als größter Experte auf dem Gebiet der Wächterforschung hätte ich all dieses vielleicht verhindern können, wenn ich nur eine geeignete Waffe zur Bekämpfung der Wächter zur Verfügung hätte stellen können. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während wir von den unzähligen zerstörten Wächtern standen. Während ich auf diese Weise von meinen Gefühlen übermannt wurde, verlor ich Fräulein Pura aus den Augen. Doch von hier aus war der restliche Weg nach Hathano vergleichsweise sicher. Die ganze Region war von den großen Verehrungen überwiegend verschont geblieben. So beschloss ich, Fräulein Pura allein weiterziehen zu lassen. Ein Abschied ohne Worte. Ich wiederum lenkte meine Schritte zurück nach Kakariko. Nachdem ich mich so von Fräulein Pura getrennt hatte, war es Zeit für mich, Gen Arcada zu ziehen. Nachdem ich in Kakariko den verbleibenden Leitstein auf den Wagen geladen hatte, brach ich auf. Ich ließ die Hess und den Dreipfad hinter mir und überquerte schließlich die Brücke von Arcada. In diesem Meer aus roten Blättern überwand ich den Alpapass und zog in Aldra-Kessel nach Norden. Arcada ist bekannt dafür, dass es dort so gut wie gar nichts gibt und in diesem Fall war ich froh darum. Ein paar vereinzelte Wächter griffen mich unterwegs an, aber als Profi konnte ich sie im Handumdrehen deaktivieren. Schließlich erreichte ich den Leuchtturm von Arcada, wo ich den Leitstein abblut. Um die Bewegung der Monster im Auge zu behalten, gab es keinen geeigneteren Ort als einen Leuchtturm. Ich beschloss mich hier einzurichten. So setzte ich also endlich in süßer Einsamkeit meine Forschungen fort. Für den Tag, an dem Link erwachen würde, wollte ich alles über antike Ausrüstung wissen, was es zu wissen gab. Vom Welke Plateau, die blaue Flamme holen, Materialien einschmelzen, antike Ausrüstung schmieden. Ich schuftete von morgens bis abends und ein Tag glich dem nächsten, ohne dass ich große Fortschritte machte. Da kam ich auf eine Idee. Ich würde die Verarbeitungsprozesse der Materialien automatisieren. Sofort machte ich mich dran, den Leitstein umzubauen. Wenn man antike Materialien hineingebe, würde er diese automatisch verarbeiten. Ich taufte die Maschine auf den Namen meiner ersten Liebe, Cherry. Man würde Cherry-antike Materialien überreichen und dafür antike Ausrüstung bekommen. Eine geniale Idee. Nach einigen Jahren harter Arbeit war aus dem Leitstein meiner Cherry geworden. Doch auch nach diesem Triumph konnte ich schlecht meine Hände in den Schoß legen. Sie konnten nun Materialien verarbeiten, aber noch nicht direkt antike Ausrüstung daraus herstellen. Und wo ich schon einmal dabei war, wäre es nicht schön, wenn Cherry sprechen könnte? Vielleicht war es der Wahnsinn der Abgeschiedenheit, der mich auf diese seltsame Idee brachte. Die automatische Fertigung von antiken Ausrüstungen stellte sich als ein so gut wie unlösbares Problem heraus. Ich verlor ganze Jahrzehnte mit der Arbeit an diesem Projekt. Meine Fehler sind zu zahlreich, um sie zu benennen. So musste ich die Verbesserung von Cherry Forrest aufgeben. Eines Tages, ich war schon über 90 Jahre alt, stand eine junge Frau vor meiner Tür. Ihr Name war Jirin. Nachdem sie bei Fräulein Pura in die Lehre gegangen war, hatte Impa sie zu mir geschickt. Sie stellte sich als überaus fähige Assistentin heraus. Sie brachte zuverlässig die blaue Flamme vom Belkenplateau hierher, überarbeitete Cherrys Baupläne. Allein, dass sie ohne Begleitung von Kakuriko nach Akala gekommen war, überzeugte schon ihre Fertigkeiten. Wir wohnten lange dort zusammen und eines Tages nahm ich sie zur Frau. Durch Jerrys Hilfe lernte Cherry, antike Ausrüstung herzustellen und zu sprechen. Sie überwand die Grenzen einer Maschine und führte bald intelligentere Konversationen als die meisten Hylianer. Wenn man sie mit einem Morgen grüßte, erwidert sie, einen schönen guten Morgen, mein Herr und Meister. Fragte man sie, wo man ein bestimmtes Buch abgestellt hatte, konnte sie die genaue Position im Regal benennen. Bisweilen bat sie ganz höflich, könnt ihr bitte das Feuer der Feuerschale ein wenig anfachen, Herrn. Das hieß, ich musste jedes Mal die blaue Flamme vom Belkenplateau holen gehen. Aber natürlich tat ich das gern. Wer könnte nicht von Cherry ganz verzaubert sein, wenn sie mit solcher Liebenswürdigkeit sprach. Doch es gab jemanden, der sich mehr und mehr daran störte und das war Jiren, meine Frau. Meine Unterhaltung mit Cherry beobachtete sie zunehmend mit Eifersucht. Es quälte sie, dass ihr Mann so freundschaftlich mit einer anderen Frau umging. Dass ihre Rivalin nur eine Maschine war, spielte dabei keine Rolle. Erst als sie mir mit Tränen in den Augen ihre Eifersucht zum Ausdruck brachte, verstand ich, was los war. Jiren hatte Cherry zum großen Teil selbst konstruiert, doch nun brachte ihre Kreatur ihr Kummer. Ich beschloss, Cherry die Worte, die ihr Jiren verliehen hatte, wieder zu nehmen. Sie sollte primitiv sprechen, wie zuvor. So löschte ich also den entsprechenden Teil des Speichers in Sherrys künstlichem Gehirn. Jedes Mal, wenn ich den Namen Cherry aussprach, trübte sich Jirens Laune. Folglich verbot ich mir ganz Cherry in den Mund zu nehmen und er sonn die Bezeichnung Schika-Ofen. Kurz seit später brachte Jiren einen gesunden Jungen zur Welt, der sehr nach seiner Mutter kam. Wir nannten ihn Gratian und lebten zu dritt, unserer Maschine nicht mitgezählt, hier im Akala-Institut, inmitten des brüchigen Friedens, den Prinzessin Zelda uns mit ihrem Kampf gegen die Verheerung erkauft hatte. Als Gratian Andi drei Jahre alt war, erreichte er uns unerwartet einen Brief von Fräulein Pura. Sie teilte mir mit, dass sie einen Weg gefunden habe, das Stasis-Modul und auch die übrigen Module zu verbessern. Seit unserem Abschied an der Hateno-Festung hatte ich sie nicht mehr gesehen. Jahrzehnte waren vergangen. Ich erinnerte mich daran, dass sie in ihrem letzten Brief von einem Assistenten berichtet hatte. Dieser war aus Kakuriko zu ihr geschickt worden, doch sie bezeichnete ihn als absolut nutzlos. Okay. Auch ich hatte keine Zeit, ihr in Frieden vor mich hinzuleben. Ich musste die Erforschung Artikel Ausrüstung vorantreiben. Gratian schoss wie ein Pilz in die Höhe, bis er schließlich ein stattlicher Bursche war, der mich überragte. Beim Tragen der blauen Flamme vom Welkenplateau zum Institut stellte er sich überaus geschickt an. So schlug ich ihm vor, er solle auf eine Reise durch das ganze Land gehen, um seine Fähigkeiten weiter auszubilden. Gratian war immer sehr eigenständig gewesen. Dennoch war ich erstaunt, als er noch am selben Tag aufbrach. Einige Tage zuvor hatte ich bei Fräulein Pura angefragt, ob ich ihn nicht Gratian als Lehrling zu ihr senden könnte. Zurück kam ein Brief, in dem nur ein Satz stand, schick niemanden hierher, Ausrufezeichen. Ich frag mich, was sie wohl zu dieser Antwort veranlasst hatte. Ich hab so ne Ahnung. Aber das war's, wir sind durch. Berichtete Nutzlust, bla 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 bla. Das war's. Wir sind durch. Das war nochmal ne nette Geschichte. Bisschen lang, aber nett. Jetzt gucken wir uns eben nochmal oben um. Und dann machen wir uns wohl erstmal dran, das Feuer zu organisieren. Habt ihr hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Kann ich hier so raus? Ja. Das sind Zeiten, oder? Keine Ladenzeiten mehr. Ich kann so direkt aus dem Haus rausspringen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da müssen wir hin. Dort ist ja gar nicht so weit. Upala. Dann gehen wir doch einfach hier nach oben. Und fliegen dann... Ah, warte, warte, warte. Mir fällt was ein. Erstmal bin ich noch nackt. Das wäre vielleicht der erste Schritt, den man ändern sollte. Nacktheit ist zwar ganz nett, aber wenn man versucht, sich das blaue Feuer zu holen, ist es vielleicht nicht unbedingt der beste Weg. Und dann wäre es natürlich ganz nice, wenn wir eine Fackel oder ähnliches dabei hätten. Man kann auch Waffen benutzen als Fackeln, das geht, aber ist es nicht sonderlich cool. Deswegen lasst uns mal... Was schmeißen wir denn mit weg? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich würde das Ding hier nehmen, komm. Oh, Schwiatkowski. Kannst du da liegen bleiben? Ich kann dich ja nachher wieder einsammeln, wenn du dann nachher noch da bist. Das ist natürlich die Frage. So. Hier habe ich doch eine Fackel gesehen gehabt. Da ist sie. Siehst du? Die nehmen wir mit und los geht's. Dann wollen wir mal wieder Fackelträger spielen. Hat so olympische Spieleallüren hier. Wir müssen in diese Richtung. Der Weg scheint diesmal aber ein etwas längerer zu sein als vorher. Hat er ja schon angekündigt, dass der Weg wohl weit und gefährlich und voller Monster ist. Also werden wir diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr uns anstellen müssen. Ach, sieht das schön aus hier. Rotleuchte Bäume. So ein bisschen herbstlich alles, ne? Passt zwar gerade nicht zur aktuellen Zeit. Bei uns bricht ja nun endlich der... Der lebt ja noch. Endlich der Sommer aus, was auch langsam echt Zeit wurde. Ah, was sehen wir denn da hinten? Da sehe ich noch einen weiteren Tempel. Oder das ist der Augentempel, oder? Das ist der. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, da hinten müssen wir hin. Hier sehe ich schon den Weg, der uns da rauf führt. Wir können auf jeden Fall schon mal anfangen, die Monster zu besiegen, weil wir müssen da eh gleich durch. Aber wie ich unser Glück kenne, besiegen wir die gleich und dann ist... Oh, warte mal. Oh, es regnet. Vielleicht landen wir doch lieber hier. Können wir ein bisschen abkürzen. Dann müssen wir nur den Rückweg kennen. Ach, ist das nicht wunderschön? Ein süßer Fuchs. So. Stasis-Modul geht raus und das Ding ist echt hilfreich. Ich versuche mal bei dem hier, mich anzuschleichen. Vielleicht klappt das ja diesmal ohne, dass ich gesehen werde. Man kann ja auch mal versuchen, glück zu haben. Oh, er dreht sich leider gerade um. Na gut, komm, erstmal ihn hier. Müsst ihr denn immer so aggro sein, Leute? Wieso triffst du den, ich lenk? Du musst ihn doch auch treffen. Äh, Waffe. He is dead. Oh, ein Soldatenschwert. Du lebst ja immer noch. Ich dachte, du wärst tot. Aber nein, das war ein Irrtum. Aber es gibt blaue Moblin-Herzen. Die brauchten wir doch für irgendeine Rüstung zum Abgereden, wenn ich mich noch recht entsinne. Deswegen gar nicht so schlecht, dass wir hier gerade auf Tour gehen. Gar nicht so schlecht. So, dann wollen wir mal loslegen. Hier geht es los, offensichtlich. Da ist die blaue Flamme. Dann nehmen wir mal die Fackel in die Hand. Los geht's. Wir zünden alle an, die wir so sehen. Dich zünde ich mal an. Dann ist hier noch eine. Und dann kommt schon die erste Frage. Wo geht's denn jetzt weiter? Wo ist denn die nächste? Offensichtlich nicht in diese Richtung. Dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Irgendwo hier den Berg so runter wird doch bestimmt eine weiter. Da ist die nächste. Okay, also müssen wir hier runter. Dann zünden wir die an. Und wir gehen jetzt einfach so entspannt den Weg weiter. Immer wenn sich uns Gegner in den Weg stellen, machen wir die halt erstmal weg. So wie den da jetzt. Aber vielleicht können wir noch die nächste Fackel erreichen. Das schaffen wir wohl noch. Oh, warte mal. Ich kann natürlich mal versuchen, mich anzuschleichen. Ich versuch's mal. Mit etwas Glück klappt das ja mal. Noch sieht er mich nicht. Noch sieht er mich nicht. Na, na, na. Yes. Den haben wir weg. Dann können wir nämlich die Fackel wieder einen weitertragen. Und das wird ein bisschen arbeiten, ne? Da müssen wir uns jetzt erstmal ein Stückchen vorarbeiten. Das ist jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Hilft aber nix. So, backtracking. Eben fix hier wieder Feuer holen. Zack. Und weiter geht's. Dann können wir jetzt gleich eigentlich erstmal das ganze Lager da unten ausräumen. Da wird, glaube ich, ein bisschen was zu tun sein. Das sieht nämlich nicht gerade klein aus. So. Zwischenstopp. Wir müssen nur aufpassen, dass ich nicht auch so in die Fackel kaputt haue, ne? Das sehe ich ja auch schon kommen. Hups. Nicht aufgepasst. Zack. Fackel im Arsch. So. Der Wind steht günstig. Wir könnten versuchen, uns hier auch nochmal anzuschleichen. Denn der Wind steht gerade wirklich... Oh, scheiße. Tu das in Not. Na, also. Also dieses Stasis-Modul zu erweitern war wirklich sehr sinnvoll. So. Kann ich das Soldatenschwert hier durch irgendwas ersetzen? Wie sieht das denn hier aus? Ja. Tschüssi. Gib mir mal das Soldatenschwert. Haha. So. Fackel raus. Nächste. Nein, warte. Erstmal hier. Du musst erst mal das Feuer erreichen, Link. Vorher wird das nix. So. Dann gehen wir da entlang. Und zünden mal munter wieder etwas an. Du, 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 du. Okay. Brennt die Scheiße. Weiter geht's. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Da sehe ich schon wieder einen. Hallo? Entspann dich erstmal. Oh, nein, nicht die Fackel. Was mache ich denn da? Wie ich schon gesagt habe, ich sollte nicht die Fackel kaputt machen. Und was mache ich? Mach die Fackel kaputt. Dir nicht aufpassen hier. Rechts hab ich weggehauen. So, okay. Was ist hier denn noch so? Wenn wir sowieso schon mal hier sind, können wir uns auch mal ein bisschen umgucken. Wir haben es ja nicht eilig. So ist es ja nicht. Das Spiel ist so groß, das wird eh noch auf Ewigkeiten dauern. Da brauchen wir uns gar keinen Hack-Mack-Stress machen. Bringt doch alle eh nix. Zack, wie sieht es hier aus? Holzpfeile. Ich hätte es nur schon... Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte es schon gern noch geschafft, dass wir vielleicht diese Aufnahme-Session noch den... ...das Master-Schwert bekommen. Das wäre schon ein schönes Gefühl noch für mich. Oh, guck mal hier. Ich sehe drei auf einmal. Das bedeutet, ich muss eine Bombe reinwerfen. Bombe! Bäm! Na, wie geht euch das? Au, wie schnell der war! Ich habe ja mit viel... Aua, mit viel gerechnet. Aber nicht, dass er so schnell dabei ist. Mushing-Großschwert. So, warte. Äh, hüp. Ja, scheiße gelaufen. Du kleiner Dödel, ey. Aber ich darf noch nicht. Ich... Aua! Ach, das habe ich selbst... Habe ich verdient. So, nun aber. Ihr seid schon fies, so. Ihr seid schon ein fieser Haufen. Oh, kommst du hier her? Ups, ja gut. Man muss die Kiste nicht öffnen. Man kann die Holzkiste auch einfach mit dem Schwärzer knallen. Das ist auch möglich. Ist jetzt nicht der gängige Weg? Knochenbock-Stock. Uh, der macht aber ordentlich Damage. Knochenbock-Schild. Ja, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, der Stock. So, aber bevor wir den Knochenbock-Stock erstmal die Fackel. Ist übrigens auch nicht so schlimm, wenn die Fackel doch mal kaputt geht. Ähm, man kann auch Waffen als Fackel verwenden, indem wir einfach eine Waffe, die irgendwie feuerempfindlich ist, also die man anzünden kann, dann verwendet. Das geht also auch. Aber ich versuche es möglichst mit der Fackel zu schaffen. Denn das ist nun mal ihre Bestimmung. So. Doch, haben wir die... Wie weit ist das denn noch? Ich weiß gar nicht, wo das Institut ist. Ich folge einfach nur den Fackeln. Oh, wird schon passen. Einfach entspannt bleiben. So, wo müssen wir denn jetzt weiter? Wahrscheinlich hier unten lang, ne? Wo sehe ich Wölfe? Was ist denn die nächste Fackel? Da hinten. Ich versuche, ich versuche es zu erreichen. Ohne, dass sie mich angreifen. Lass mich mal in Ruhe. Ich möchte gerade nur die nächste Fackel. Ja, 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 ja. Bam. So, warte. Jetzt wechseln wir auf eine... Auf den Knochenbock-Stock. Au. Mann, Mann, Mann. Ihr seid aber auch fiese Möbbe. Die. Läuft doch. So. So weit so gut. Was mit euch? Fangt ihr euch noch? Ne, ne? Ihr rennt hier weiter rum, bis ihr irgendwann mal auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Oder ich einen von euch wegmache. Na, scheiße. Komm schon. Irgendeiner von euch muss jetzt sterben. Ah. Na, also. Damit fallen die anderen wie ein Kartenhaus. Okay. Da unten ist der Nächste. Sondern, dass nur einer ist. Können wir eigentlich wieder mit unserer gewohnten Methode... Au. Wie schnell die reagieren, ey. Das müsste reichen, oder? Yep. Die already. Wo ist denn die nächste Fackel? Da vorne. Ist da noch wer? Nö. Das heißt, dann können wir ja loslegen. Wo brennt es denn gerade? Da hinten brennt das. Oh, es regnet. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, die Fackeln bleiben trotzdem an. Und, brennt dieser Stab? Schade. Tut er nicht. Oh, es ist gewittert. Auch noch das. Sag bloß, es geht jetzt nicht. Nein. So ein Mist. Es geht nicht, weil es regnet. Na, immerhin. Immerhin dreht der Hahn jetzt, um mich ein bisschen zu trösten. So, Hahn. Warte mal, bevor du jetzt hier... Ja, so müsste das passen. Wie sieht es denn Bogen technisch aus? Ja, der zieht keine Blätze an. Okay. Ihr habt den Hahn gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben fix hier kurz den Break. Wir werden wahrscheinlich nächste Folge dann erstmal ein Lagerfeuer oder sowas machen müssen. Weil, solange es regnet, kommen wir jetzt natürlich mit unserem Plan hier nicht weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet uns soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.